Servus Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht, ich bin heute draußen. Es geht um Ice Buck Challenge. Schlange, danke dir für die Nominierung. Ja, ich habe mir was einfallen lassen. Was ganz Besonderes für euch. Und denkt dran, ein ernster Hintergrund. Es geht um ALS. Also hat nichts mit Biernominierung zu tun. Denkt dran, ich haue euch unten die Beschreibung in den Link rein. Da geht es auch um Spenden. Also ihr könnt was tun. Und ja, meine Nominierten, den ersten, würde ich sagen, Crissinho, nachdem wir lange nichts von dir gehört haben. Wir haben mal wieder Zeit. Dann als zweites mein Kamerakind, Daniel. Du bist fällig. Und als drittes die liebe Tamara. Tamara, ich weiß, wir haben drüber gesprochen, dass wir sowas nicht machen. Aber ich würde sagen, weil da ein guter Zweck dahinter steckt und nicht sinnloses Biergesaufe, können wir da was in Angriff nehmen. Deswegen mal gucken, ob du eine Spaßbremse bist. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Ab nach hinten. Und die Wichser, die jetzt noch irgendwas zu melden haben, von wegen, da war kein Eimer dabei. Ich lege mich.